Die Zeit bis zum Termin mit Herrn Schmalbacher, dem Personalschef des Stifts, verbrachte Ernest Herz bei einem Spaziergang durch den Kräutergarten. Der Garten bildete ein von einem hüfthohlen Lattenzaun umsäumtes Rechteck. Viel war zu dieser Jahreszeit nicht zu sehen, nur vage glaubte, den Duft von Thymian zu riechen. In den mit Planen abgedeckten Obstbäumen heulte der Wind, ein gelber Kater mit versoffenem Russengesicht tauchte zwischen zwei Kräuterbeeten auf, bemerkte den Fremden und erstarrte. Danach besprühte er mit zittrigem Schweif die Stoppeln der Halbpflanzen hinter sich und setzte sich immer wieder umschauend seinen Weg fort. Als er im Kabinett des Personalschefs an einem dünnen Old Grey nippte, schlug es von der Kirche vier Uhr herüber. Zwischen den Schlägen flackerte das Licht der Tischlampe. Herr Schmalbacher, ein nach Mottenkugeln riechendes Männlein, zerfloss in einem trüben Lächeln. Der Jahrmarkt hat unserem Stromsystem übel mitgespielt, sagte er, nachdem der letzte Schlag verklungen war. Die Karusselle, die Lichterketten, wie sie saufen, das ist sagenhaft. Umweltverschmutzung. Das Volk sollte lieber mal ein anständiges Buch lesen, meinte Ernest Herz. Wir sind jedenfalls froh, dass sie sich bei uns beworben haben. Damit wären sie der erste weltliche Bibliothekar in unserer 1200-jährigen Geschichte. Es ehrt mich, dass meine Kandidatur bei diesem historischen Kompromiss, Herr Schmalbacher, brachte ihn mit einer Hand aufs Herzgeste zum Verstummen. Die Klöster müssen mit der Wirklichkeit gehen, wenn sie überleben wollen. Es wäre fatal, die Türen zu verschließen, wenn der wissenschaftliche Nachwuchs, mag er noch so unbeleckt in pastoralen Fragen sein, verstehen sie mich richtig, daran pocht. Der Tod ihres Vorgängers, erhüstelte, oder besser gesagt sein exzentrisches Ableben, hat uns alle aus der Bahn geworfen. Stimmt es wirklich? In der Zeitung stand etwas von einem Fenstersturz. Noch schlimmer. Herr Schmalbacher senkte die Stimme. Der gute Herr Mrosek hat sich angezündet und dann den Schritt in die Ewigkeit gewagt. Weissichtig, wie er war, hat er die Samtgardinen vorher abgenommen. Stellen Sie sich vor, sie lagen akkurat zusammengefaltet auf einem Stuhl. Ordnung ist das halbe Leben, wollte Ernestert sagen und seufzte nur bedeutungsschwer. In alten Häusern braucht man nur einmal kräftig zu. Sie wissen schon, Herr Schmalbacher kicherte, und schon steht alles in Flammen. Es gibt jedenfalls viel zu tun. Die Digitalisierung unserer kleinen Odien war die Hauptbeschäftigung des Verewigten. Und das trotz seines hohen Alters und der Skepsis mancher seiner Mitbrüder. Vielleicht haben Sie seine Lobeshymnen auf das Digitalisat im Screenium oder in der Zeitschrift für deutsches Altertum gelesen, falls Sie die Blätter abonnieren. Jedenfalls überlässt der Stift es Ihnen, die Digitalisierung fortzuführen. Wichtiger wäre uns, er legte seine Hand auf Ernesterts' Manschette, dass Sie sich auf die Pflege und Erhaltung der Bestände konzentrieren, auf die klassische bibliothekarische Arbeit also. Zum Lesen werden Sie sicher kaum kommen. Ernesterts winkte ab. Ein Bibliothekar, der liest, hat seinen Beruf verfehlt, habe ich irgendwo gelesen.